heute sind wir wieder mit frage der menschheit es gibt so viele sache die sich bei jedem tag hier aber wer weiß wieso heißt das so und da bist du jetzt gefragt ja hier genau du hier am bildschirm hier am laptop computer oder was du hast also es geht los wieso heißen des stuhlgang mit einer aus ab geht aufs klo hier ich hab mein stuhlgang ich hab stuhlgang gemacht hier wieso ist ein stuhlgang wenn dieser kloschüssel ist oder früher waren so holzbretter mit so einem loch drin hier das ist doch was mit stuhl zu tun aber ich geh mal mit dem stuhl in den gang oder was weiß ich hier wieso heißt das so stuhlgang ich hab da keine ahnung und das kannst du beantworten das sind wichtige frage da gehen ja bald hier sache los hier auf dem mars hier und dann nächste generation und so weiter hier die müssen doch wissen was da und los ist die menschheit hier und dann können wir doch nicht sagen ja das heißt halt stuhlgang ich muss immer das und das hier wenn man gar nicht wissen warum das so heißt vielleicht wenn die da oben auf dem mars stückchen weißer außerirdisch also das kannst du jetzt beantworten wieso heißt das stuhlgang wenn alle aufs abg schreibt es in die kommentare und was du denkst warum das so heißt ich weiß es nicht und wenn du bock hast daumen hoch und auch hier vielleicht so abbo ding hier kostenloses gibt ja keine zeitung irgendwas oder so das ist ja hier für das youtube zurecht da kostet keine kohle also bis dann dankeschön macht's gut bis dann